Hallo liebe Leute, dieses Video ist ein kurzer Nachtrag zum letzten Video. Ich möchte darin auf einige Benutzer-Kommentare eingehen. Zunächst dazu, dass es zwei Demos waren und ich sozusagen den Eindruck erweckt hätte, es hätte sich um eine Demo gehandelt, also die Querdenken-Demo und die Demo vor dem Reichstag. Natürlich waren es zwei unterschiedliche Demos, aber es geht am Ende darum, was die Altmedien vermitteln können, das Endergebnis, das Endresultat. Unser Ziel ist es ja, die Leute von den Altmedien wegzubringen. Wenn die Leute von den Altmedien weg sind, dann wird auch irgendwelchen Hintergrundsleuten, man weiß ja nicht genau, was da läuft, Bill Gates oder George Soros oder wer auch immer, diesen Leuten wird die Macht entzogen, wenn man die Leute von den Altmedien wegbringt. Jetzt ist es aber so, ob uns das passt oder nicht, die Altmedien haben es jetzt so hingestellt, dass die Leute denken, die Querdenken-Demo war vom Reichstag, und die Querdenken-Leute haben sozusagen den Reichstag gestürmt und die mögen alle gerne Reichsflaggen. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen machen? Wenn die Querdenken-Leute sagen können, guckt her, bei uns, es war nirgendwo eine Reichsflagge zu sehen, die haben damit überhaupt nichts zu tun, dann ist es für die Altmedien, dann stellen sie sich bloß, wenn sie damit konfrontiert werden, ihr erzählt hier was von Reichsfahnen und unserer Demo, wirft das in einen Topf, und es hat gar nichts miteinander zu tun. Wenn das dann jemand sieht, der kann dann ganz klar sehen, okay, die Altmedien haben ganz klar gelogen, wir können ihnen nicht mehr vertrauen. Wenn jetzt aber auf der Querdenken-Demo irgendwie von § 146 geredet wird, dann doch noch Leute mit Reichsfahnen rumlaufen, und dann irgendwie so der Eindruck entstehen kann, oder man zumindest als Alibi das anführen kann, da ist eine Sympathie da, man das nicht sofort laubhaft ausräumen kann, dann bleibt den Altmedien diese Hintertür offen, und dann können sie diese Karte ausspielen, wie sie sie ausgespielt haben. Ich weiß natürlich ganz genau, wir alle wissen es ganz genau, das waren unterschiedliche Demos. Querdenken ist friedlich, die wollen sowas nicht. Aber man muss den Altmedien effektiv den Weg verbauen, dass sie sowas bringen können, dass sie dann so eine Propaganda bringen können, so einfach. Wie gesagt, kann man fest davon ausgehen, dass das eine gestellte Falle war, dass absichtlich so wenig Polizisten da waren, und dass diese Frau, die das vielleicht für ein Entgelt gemacht hat, diese komische Lügenrede gehalten hat, mit, dass Trump in Berlin ist. Weil diese Frau weiß natürlich, dass Trump nicht in Berlin war, und sie hat bewusst gelogen. Und überall wird die Maßgabe gegeben, die Polizei soll hart vorgehen gegen die Demonstranten. Polizeigewalt gab es ja auch in der Nacht, und an anderen Stellen, oder es wurden Fallen gestellt, dass die Demo nicht loslaufen durfte, und die Polizei hat überall die Straßen zugemacht. Da war die Polizei ganz stark präsent, aber ausgerechnet direkt vor dem Reichstag, mit irgendwelcher, sag ich mal, einer eher fragwürdigen Demo, da wurde zufällig der Reichstag überhaupt nicht geschützt. Und dann kommt zufällig so eine komische Rednerin, und zufällig ist dann niemand da. Und wenn man es schafft, diese Reichsfahnen vollkommen wegzubekommen, dann kann man den Bürger dann glaubwürdiger oder noch eindeutiger sagen, seht her, die Altmedien lügen, wir haben ja keine Reichsfahnen, wir haben damit nichts zu tun, wir gucken, dass diese Leute diese Flaggen wegpacken, und auf dem Reichstag waren ganz viele Reichsfahnen, das hat mit uns nichts zu tun. Die Altmedien, sie mögen ja eigentlich ungern lügen, weil sie dann eben belastet werden können. Sie wollen täuschen, sie wollen unangemessen hervorheben, unangemessen verschweigen, so dass sie sich irgendwie zurückziehen können, dass man sie nicht so einfach stellen kann. Wie gesagt, dieser gute Vergleich mit der Turnhalle. Du hast eine Turnhalle, das ist die ganze Demo, man kann sie nicht sehen, weil sie dunkel ist, und da sind alle möglichen unterschiedlichen Aspekte vertreten. Und dann sozusagen werfen die Altmedien den Scheinwerfer, also beleuchten die Dinge für die Leute, die sie wollen, dass die Leute sie sehen, und sie erwecken dann den Eindruck, da wo sie den Scheinwerfer hinwerfen, so ist die ganze Welt. So ist die Realität. Und so ist sie natürlich nicht. Dann der zweite Punkt war das Kaiserreich, das Deutsche Reich. Ich habe es jetzt vielleicht sehr drastisch dargestellt, aber es geht ja um den Blickwinkel der Leute, die Verunsicherung der Leute, dass man eben diese Reichsfahnen, dass es die Leute verunsichert. Und das ist eben nicht nur, das kann man nicht nur auf die Propaganda der letzten zehn Jahre zurückführen, sondern man muss eben sehen, die Millionen Toten, Deutschland hat verloren, Leid, Elend. Natürlich war das Deutsche Reich eine hervorragende Erfolgsgeschichte am Anfang. Unter Bismarck. Bismarck war ein herausragender Staatsmann. Aber das würde ich jetzt sagen, wie der Leute, das ist alles Propaganda und es wird ganz viel verschwiegen und Kaiser Wilhelm war ja eigentlich doch ganz toll und das ist alles Propaganda. Und das mag auch zum Teil stimmen. Also es ist natürlich auch so, nur weil ich jetzt das Deutsche Kaiserreich kritisiere, sage ich ja nicht, dass die ganzen anderen Nationen es super gemacht haben, dass es toll war. Das war es ganz sicher nicht. Und ich mag das auch nicht, diese Geschichtsklitterung, dass man die eigenen Schwächen unter den Tisch kehrt. Das mag ich bei uns nicht und mag es auch anderswo nicht. Und das machen die anderen Nationen, nur weil ich das jetzt bei uns hervorhebe, ist es nicht, dass sie es jetzt bei den anderen toll finden, dass sie das machen. Ich hatte im letzten Video die Hundenrede zitiert und ich möchte jetzt auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, warum diese Rede so wichtig ist und dass sie doch sehr viel zeigt, sehr viel unmissverständlich zeigt. Denn man muss sich die Frage stellen, wie kommt man auf die Idee mit den Hunden, ausgerechnet die Hunden. Man muss wissen, die Hunden waren ein Nomadenvolk, ein plünderes Nomadenvolk, wie die Mongolen. Und meiner Meinung nach werden die Mongolen, solche Völker, die werden nicht angemessen schlecht dargestellt, sondern es wird, es ist ja so, die Nazis werden verurteilt dafür, dass sie zu Eroberungszügen ausgezogen sind. Und es war aber in der Vergangenheit nicht, war das, lief das nicht weniger grausam ab. Die Mongolen sind rumgezogen und haben jeden umgebracht, haben die Brunnen vergiftet, alle Leute sind gestorben. Das war absolut grausam und es war verbrecherisch, es war Plünderung, es war absolut verbrecherisch. Und dann wird das immer noch so ein bisschen glorifiziert mit Eroberung. Dann die zivilisatorischen Errungenschaften von den Hunden oder von solchen Völkern sind null, sie sind abhängig von römischen Tributen. Sie haben eigentlich nichts gemacht, sie sind eigentlich nur herumziehende Verbrecher und leben von Beute. Und es hat auch überhaupt nichts mit Ehre, mit Ritterlichkeit zu tun, irgendwelche Bauern abzuschlachten, irgendwelche wehrlosen Bauern abzuschlachten und ihnen ihr Getreide zu stehlen und sie auszublündern. Und so waren die Hunden, sie sind rumgezogen, haben geplündert, sie waren mit ihren Reitern, waren sie stärker und haben sie die Unterlegenen umgebracht und ausgeplündert. Und warum erhebt man jetzt, und man kann davon ausgehen, Kaiser Wilhelm ist gebildet, er versteht was von Geschichte, und warum erhebt er jetzt die Hunden zum Vorbild? Und auch diese Vorgehensweise, Gefangene werden nicht gemacht, das heißt, gleich umbringen, oder sie sind euch verfallen, das heißt, man kann vergewaltigen, man kann die foltern, man kann alles machen mit denen. Und dann sozusagen mit König Etzel, man soll sich in tausend Jahren noch an Deutsche erinnern, das heißt, man soll Terror und Schrecken verbreiten. Man soll grausam sein, Gewalttaten begehen, sodass die Leute in Zukunft Angst haben. Und es ist ja natürlich für eine Soldatenräte angemessen, dass man die Leute motiviert, zu kämpfen, und ein bisschen Pathos, und dass man für die gute Sache kämpft. Aber das geht zu weit. Und natürlich haben da, es wollte auch, sobald ich das gelesen habe, wollten das auch die Leute verhindern, dass diese Rede, dass das Ausland mitbekommt, weil es eben so eine schlechte Rede war. Und die Engländer, es wurde dann aber doch verbreitet, und die Engländer haben es dann auch gegen die Deutschen eingesetzt, als Propaganda. Und jetzt beschweren sich die Leute, ja, das ist ja hier ganz ungerecht, eine Rede von ganz vielen Reden. Aber diese Rede, warum erwähnt er die Hunden? Woher kommen diese Gedanken? Und es ist ja auch so, dass Kaiser Wilhelm nachher hochgradig antisemitisch gewesen sein soll. Das habe ich jetzt von Wikipedia, da muss man natürlich ganz arg aufpassen. Ich weiß, Wikipedia, die Linken versuchen da Einfluss zu nehmen, und man weiß nicht, was wird da verschwiegen, was wird da hervorgehoben. Aber hier werden Geschichtsforscher zitiert, und wenn diese Zitate stimmen, dann ist das halt so ein typisches, ja, die Juden sind schuld am Übel der Welt, und man muss die Juden umbringen, also eliminatorisch wie die Nazis, so sollte es sich da geäußert haben, Kaiser Wilhelm. Und es ist nationalistisch. Und nationalistisch ist eine Spielart, kann man sagen, des Kommunismus auf eine gewisse Weise. Man bildet eine Einheit gegen etwas anderes. Bei dem Kommunismus ist es der Klassenfeind, und Klassenfeind, das klingt erstmal nicht so schlimm, aber man muss sich dann an die Millionen Toten erinnern, in den kommunistischen Regimes. Man bildet so eine Art Einheit, oder auch bei Mohammed, gegen die Ungläubigen. Man bildet eine Einheit gegen etwas anderes. Und vor allen Dingen redet dann auch Kaiser Wilhelm von den Juden. Sagen, er bezieht ja alle ein. Es gibt ja vielleicht schlechte Menschen, aber wie kann man denn alle von der Konfession für irgendwas einbeziehen? Das ist einfach nicht redlich. Und meiner Meinung nach sagt dann Kaiser Wilhelm in seinem Exil diese Sachen wie der besseren Wissens, wenn jetzt diese Zitate stimmen. Weil es ist eben diese Ausgrenzung, an der man sich dann beteiligt. Dann, sozusagen mal, so eine Minderheit, die grenzt man aus, die wird dann alle einbezogen. Und das ist verachtenswert. Und das passt auch wieder zu diesem Hundenzeug, dass man eben Leute einfach niedermachen kann. Dieses Unzivilisatorische. Das passt einfach. Es ist natürlich jetzt so, Kaiser Wilhelm ist nicht das Deutsche Reich. Er kam halt dann, er wurde halt Kaiser. Und ich denke, man kann jetzt übereinstimmend sagen, dass es jetzt nicht der beste Kaiser war. Und das ist aber genau das Problem an dem Kaiserreich. Das war ja das Römische Reich auch das Problem mit, ich möchte jetzt Kaiser Wilhelm nicht mit Nero vergleichen. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin kein Geschichtsexperte. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das Problem bei Kaiserreichen oder überhaupt bei Monarchien ist, dass wenn halt der falsche Regent an der Spitze ist, dann hat man halt ein Problem. Und deswegen kann man, denke ich, ganz eindeutig sagen, auch wenn es Deutsche Reichen am Anfang eine Erfolgsgeschichte war und mit dem anderen Kaiser wäre vielleicht alles ganz anders gelaufen, wäre alles ganz super gelaufen. Aber man kann doch sehen, denke ich, sagen, dass das Kaiserreich, dass das keine Option für die Zukunft ist in der Monarchie, im Kaiser. Das kann keine Option sein, wenn man jetzt sieht, wenn dann der Falsche drankommt, wie das dann enden kann. Und es war ja damals schon schlimm, damals hat es Millionen Leute das Leben gekostet, jetzt heutzutage ist die Verantwortung noch viel größer. Mit den heutigen Methoden, mit der heutigen Technologie, die man zur Verfügung hat, wenn jetzt der Falsche die Macht ergreift, dann ist es das absolute Ende. Die endgültige Katastrophe. Dann gibt es kein Entkommen mehr, kein Zurück, nie mehr, dann ist alles verloren. Das heißt, die Verantwortung ist unendlich. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist es etwas verantwortungslos, jetzt die Monarchie zu fordern. Das kann man nicht riskieren. Ein dritter Punkt, den ich noch machen wollte, den ich vergessen hatte im letzten Video, ist das Urteil des Verfassungsgerichts zu der Querdenken-Demo, also zu diesem Querdenken-Camp, dass sie es verboten haben. Soweit ich es verstanden habe, sind das sehr fragwürdige Begründungen, also dass die Maßnahmen nicht eingehalten werden können und wieder sowas. Und jetzt unabhängig von dem Urteil, ist ja beim Verfassungsgericht, ist es ja so, dass die Richter berufen werden, zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat. Und wir wissen ja, was für Leute im Bundestag und im Bundesrat sitzen. Und man kann davon ausgehen, dass die Leute, die berufen werden, dass es keine guten Leute mehr sind in Zukunft. Das heißt, wir sitzen hier auf einer tickenden Zeitbombe. Die Altmedien müssen entmachtet werden, sodass andere Politiker gewählt werden, die dann wieder vernünftige Leute ins Bundesverfassungsgericht schicken. So kann man es, denke ich, sehen. Es sind jetzt natürlich, die Richter sind, die Justiz funktioniert jetzt noch. Aber man muss davon ausgehen, das wird auf Dauer nicht zu halten sein. Die Zeit ist absolut begrenzt. Wir müssen jetzt schnell Erfolge erzielen. Also am besten noch vor der Bundestagswahl. Natürlich jetzt nicht so eine Torschusspanik wie am 29.08., dass man jetzt mit einer Demo alles erreichen kann. Das ist völlig illusorisch. Aber es muss Ziel sein, auch für die AfD. Die AfD, man kann sich nicht mit 10, 15 Prozent zufrieden geben. Oder auch wenn jetzt eine neue Partei kommt, anstelle der AfD. Sondern diese Partei, die muss 30, 40 Prozent bekommen. 10, 15 Prozent ist viel zu wenig. Die Altparteien, die Altmedien, die Altparteien, Politiker sind ja im Grunde Handpuppen der Altmedien. Diese ganzen Leute, die müssen möglichst schnell weg aus dem Bundestag, aus dem Bundesrat. Komplett. Die müssen abgewählt werden. Und die Bundestagswahl ist ein Stichtag. Und da darf es nicht so weitergehen wie jetzt. Die AfD muss jetzt in die Gänge kommen oder wir brauchen eine neue Partei. Aber das ist dann wieder ein anderes Video. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut. und da darf es nicht so weitergehen. Und da darf es nicht so weitergehen.